So jetzt hier müssen wir heulisch aufpassen Hier schon stopp da ist er Du raus Kriegste Ich fahr um den Baum links 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 Nee nee erst den Ich kann nix machen Ich kann mit beiden Dinger nicht zielen Muss die Panzer in die Mitte bringen Ich weiß nicht wo der ist Hier ist er doch hier Da hinterm Baum Den wirst du nicht sehen Ich kann nicht du musst den Panzer bei dir in die Mitte bringen Die scheiß Kette ist kaputt was soll ich denn machen Ja langsam in die Richtung rödeln das passt Jo passt Ok jetzt einfach befeuern Wenns geht in den Turm in die Kanone Kann ich nicht mehr kann nur das ganz links Ok dann schieß einfach weiter Schieß das was du kannst Ich lass raus Treffer ist ok Schön Ist tot Ok So nächster Panzer ist hier Ist wo du die Rebellion Ich steig aus Rennt einer vom Panzer weg Die kriegste aber nicht Transmission Ich kann das mal mit aus, Notti, sonst bringst du nichts Wir müssen das schnell machen Wir haben hier noch einen Schirm an der Backe Oh fuck Sieht mal, du hast einen Volltreffer erlitten Okay, wir haben einen Gegner hier rechts von uns Ja Denk mal einen auf die Marke Das kam aus dem Weit, auf jeden Fall Tiger hat es erwischt Wir warten mal, vielleicht fährt der raus Das ist der Tiger, das ist der Tiger Sherman, Sherman, da hinten Okay, sehe ich Entfernung, 300, 400 Marke weg, Marke weg Zu hoch Zu hoch und weiter links Laser, was? Volltreffer, Turmkranz beschädigt Bisschen tiefer Kanone kaputt Ja Müssen raus Motor raus Nee, kann nur noch leben Ich gehe raus Ich fang auch an zu schrauben Mach den Motor Der schießt nie mehr Okay, warte mal, ich guck mal Abpraller Tiefer und weiter rechts Schießt aber tatsächlich nicht mehr Das ist ein 76er Noch weiter und der ist durch Super Astral 42er noch Yo Kannst die 39er jetzt lachen, passt Ich mach mal vorne schon mal, ne Weil ich sehr früh Feuer machen muss Okay, der hat einen Sherman vor sich Irgendwo Links Da steht er Ich seh den Aber ich kann nicht aimen, der Baum ist im Weg Links und dann wieder rechts Oder rechts oder dann links Ich gehe mal unter Luke Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts Ja, ja, warte, warte, warte Stopp Feuer frei Schöner Treffer, ruhig tiefer wandern Turm dreht ein Schön tief in die Wanne Schöner Treffer Noch tiefer Und ein bisschen weiter ins Heck Schön, der war gut Noch so einen, dann ist der durch, glaube ich Sauber Ja, Besatzung hau da ab Aber drauf, Herrmann, der ist fast Ja, der ist tot Sauber, gut Einen noch Okay So Gut, sehr gut Sechs Schuss, Panzergranate 39 Jo, wir haben gerade eins zerrissen Alles gut Ja, 76er ist tot Sherman, Sherman 75 Können wir aber nicht weiter vorfahren Den können wir so nicht töten Du musst den Hügel hoch auf die Marke drauf Ja Geht's ihm Oh, bitte nicht direkt davor Genau, einfach langsam vor Das passt Okay, so geht's auch Der ist durch, ne? Der ist durch, ja Er ist weg Okay, dann einfach hier ans Gehöft Ich hab's gerade gehört, jetzt weg Panzer hier, rechts nach links, 400 Staghorn Kriegen wir aber nicht Ist so weit Hab ich getroffen? Ja, ja, ja Na, na, na Sein können Job 3 und 6, there's a Staghorn moving south west of the point He might come around and attack us from the rear sollte sich an den tigern aufs dom also ich hab jetzt eine 39er dafür ballert das war richtig dumm das ist scheißegal äh was steht denn da ist das nicht ein Sherman da aufmachlich kann er nicht eindringen ja warte warte ein Stück vor wegen dem Pfeiler habe ich vorhin gegen geschossen ja passt aber soweit das ist ein Sherman das ist 300 300 bis 400 steht ein Sherman muss ich da reingenieren mit dem Ding kannst du musst aber nicht da musst du leicht drüber halten das schießt relativ gerade ich habe eben leicht drüber gehalten auf so eine Entfernung da habe ich weggeschossen aber ich sehe das Ding einfach nicht ok auf dem Marke genau es ist auch der Baum dahinter jetzt ok er hat es gesehen ja scheiße ist halt der Baum muss ich da machen ja da durchschießen einfach auf dem Marke schießen 300 ok der Tiger schießt irgendwie in eine andere Stratosphäre zu hoch viel zu hoch Hälfte Hälfte nehmen im Prinzip von der Höhe Treffer sauber brennt weiterschießen ich kann leider schwer sehen ob der wie die Trefferwirkung ist bisschen weiter links brennt aber immer noch kurkelt einer ist ausgestiegen also ich habe keine Moni mehr fuck ist egal der brennt die sind ausgestiegen noch einen oder? schießt noch einer rein ja nur nur um sicher zu gehen aber die sind tot wir fallen Infanterie um uns rum muss ich da einsteigen nicht schießen nicht schießen nicht schießen nicht schießen ja du kannst Feuer eh halten der brennt ab der ist durch also den hast du schön erwischt Infanterie hinter uns Feind Infanterie ja ok